Hallo Leute, einen wunderschönen guten Tag zusammen. Bulka Wollny, du hast ja gestern Abend ein Tippspiel gewünscht und das kommt jetzt. Aber erstmal kommt mein neues Intro. Ja, pünktlich nach dem Intro ist auch die Sonne rausgekommen und ich tippe jetzt Eintracht Frankfurt gegen Köln. Also mein Tipp ist da 1 zu 2 für Köln. Heute um 18 Uhr kommt mein neues Video, gebt dem Video einen Daumen hoch. Und Dankeschön für 500 Abonnenten, das freut mich sehr. So Leute, da wünsche ich euch noch viel Spaß und habt alle ein schönes Wochenende. Danke für das Angucken meiner Videos und gebt dem Video um 18 Uhr gerne einen Daumen nach oben, würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!